Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. Die Liste der Maps aus Black Ops 3 wurde geleakt und es gibt auch schon erste Fotos der Loading-Screens von jeder Map. Allerdings alles in extrem schlechter Qualität. Das heißt, wirklich viel kann man nicht erkennen und ich kann euch die ganzen Bilder hier im Video auch leider nicht zeigen. Ich werde aber versuchen, so ein bisschen zu erklären, was man dort sieht auf den einzelnen Bildern. Und ich habe gesehen, dass die Webseite callofduty.ingame.com diese Übersicht mit den ganzen Maps gepostet hat, also das Bild davon. Dort könnt ihr vorbeischauen, falls ihr wollt und könnt euch das anschauen. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den ganzen Map-Namen an. Die Maps in Black Ops 3 heißen Aquarium, Breach, Combine, Evac, Exodus, Fringe, Havoc, Hunted, Infection, Metro, Redwood und Stronghold. Einige Maps davon kennen wir natürlich schon aus der Beta und so weiter. Und ich würde sagen, wir gehen die ganze Liste jetzt einfach mal ein bisschen genauer durch. Aquarium sieht so ein bisschen aus wie ein Wasserpark oder ein Biotop. Ganz genau kann man das nicht erkennen. Bei Breach erkennt man auch nicht wirklich viel. Man sieht irgendwie das Innere von einem Gebäude und es gibt so ein Glasdach, was relativ viel Licht reinlässt. Dann geht es weiter mit Combine. Die Map kennen wir natürlich schon aus der Beta. Weiter geht es dann mit Evac. Diese Map kennen wir natürlich auch schon aus der Beta. Dann geht es weiter mit Exodus. Exodus sieht irgendwie so ein bisschen aus wie eine Militäranlage. Irgendwas in diese Richtung. Weiter geht es dann mit Fringe. Hier ist es so, dass man irgendwie einen Laster auf einer Straße stehen sieht mit Gebäuden links und rechts. Sehr viel kann man da leider nicht erkennen. Weiter geht es dann mit der Map Havoc. Und Havoc sieht so ein bisschen aus wie die Map, die wir gestern in diesem Launch Trailer von Black Ops 3 gesehen haben. Ganz am Anfang in den Bergen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das diese Map ist. Weiter geht es mit Hunted. Kennen wir natürlich auch schon. Dann geht es weiter mit Infection. Infection sieht sehr interessant aus, denn man sieht irgendwie einen Panzer und eine Stadtmauer. Und es wirkt so ein bisschen wie ein Dorf. Und man sieht auch so Stromleitungen oben, die relativ normal aussehen. Das heißt, diese Map sieht gar nicht so wirklich aus wie Zukunft. Was genau uns da erwartet, weiß ich auch nicht. Da bin ich mal sehr gespannt. Weiter geht es dann mit Metro. Metro sieht aus wie so eine Art Schwebebahn. Beziehungsweise man sieht auf diesem Bild so eine Schwebebahn. Sieht auf jeden Fall so ein bisschen danach aus. Auch hier ist das Bild natürlich wieder richtig schlecht von der Qualität her. Weiter geht es dann mit Redwood. Die Map kennen wir natürlich schon. Und es hört dann auf mit Stronghold. Und die Map kennen wir natürlich auch schon. Und ja, könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu dieser kleinen Übersicht sagt. Ich weiß, sehr viel ist es nicht. Mehr konnte man auf den Bildern leider nicht erkennen. Und wie gesagt, ich kann euch die Bilder hier leider nicht im Video zeigen. Ansonsten war es das dann mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin Black Ops 3 Videos sehen wollt und in Sachen Black Ops 3 auf dem neuesten Stand sein wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war es von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.